Bravo! 4.000 Mal so viele Leute glücklich gemacht, so viele Emotionen provoziert, so viel Freude in der ganzen Welt. Und ich habe gedacht, jetzt ist er hier, wird über 230 Mal hier gesungen, ist Kammerlensänger, Ehrenmitglied, das kann ich noch finden. Jetzt haben wir ein bisschen im Archiv gesucht. Was habe ich gefunden? Oh, Domingo hat vorgesungen einmal, und das ist sein Protokoll. Und das Schlimm von Professor Goldsch. Es ist ein schnell ausgezeichnetes Material. Das ist ein schnell ausgezeichnetes Material. Das ist immer was. Ich bin so glücklich, nach 42 Jahren, ich habe Doppel-Cachet. Jetzt. Das ist für mich ein großer, großer, großer Moment. Und ich habe, wenn ich sage, meine 1.000 Vorstellungen, es war in Hamburg, La Forza Vinstino. Dann, die 2.000, hier. Es war gerade hier, La Fanchuna del West. Und das war in 88. The last century in Brasilien. The 3.000 was with the Metropolitan Opera in a Tournee in Tokyo with Samson and Delilah. And today, the 4.000 with Simón Bocanegra here. It is really great to be in this theater with an extraordinary company, great colleagues. What can I say about the chorus and this extraordinary Vien philharmonic, which I have had the privilege and the honor also to conduct. Ich hoffe, that in nur der Rai für vier Jahre ich kann sing. And really, I really love the public from Vienna. It has been really so... thank you. And Dominic. Thank you. Dominic. Thank you. Thank you. Because in the time that you are the director here, IFES, it was a very important day also, my 50th anniversary, and now my 4.000 performance. So it is wonderful. The thing that I am very proud... I am very proud to say that probably when I made my debut the 19th of May in 1967, perhaps nobody in the company was working here. I am sure. And most of the company they were born many, many, many years later. So I am very, very happy and I... I really love win-win more to one line. Oh my God. bravo! bravo! bravo... bravo! bravo! Vielen Dank. Vielen Dank.